Aus, 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 ist aus! Ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, worum es geht. Wir haben es 13.52 Uhr und das Giveaway ist zu Ende. Und der Gewinner ist noch gar keiner, denn wir wollen es ein bisschen spannend machen. Zuallererst wollte ich mich natürlich mal bedanken für die ganzen Kommentare. Wir haben jetzt nämlich schon 100 Kommentare erreicht. Das sind genau 100 jetzt. Ihr seht es ja vielleicht schon hier live. Und ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal uns die Kommentare an und sehen, wer die meisten likes hat. Das ist einmal hier der Pumoke LP. Ich glaube, das ist auch schon der Gewinner. Der hat schon 35 Likes. So, was haben wir denn hier noch? Ich natürlich mit meinen 5 Likes. Ich schnapp mir die Maus selber. Dann hat der Luno, hat 6 Likes. Rocketboy hat 2 Likes. Die anderen haben 1 Like. Fabian hat auch 2 Likes. Schauen wir doch mal weiter. Lukas Zedgin, Zedgin oder so. Hat 6 Likes. So, und dann war noch einmal Julian dabei. Moment. Hier MrSpeakTV hat auch 2 Likes. Jetzt hat er 3. So, und Julian hat 11 Likes. Aber das Problem dabei ist, ich wollte erst, also am Anfang bis Donnerstag oder so, hätte eigentlich Julian gewonnen. Aber dadurch, dass es natürlich mein Bruder ist, ist es natürlich blöd, wenn ich ihm die rausgebe und dann, weiß ich nicht, also wenn ich ihm irgendwas schenken will, dann mache ich es halt zum Geburtstag oder so, aber über so ein Giveaway, das ist dann halt blöd. Aber das weiß er auch. Aber jetzt hat ja zum Glück noch Pumokel LP sowieso alles rausgerissen. Egal hast du gehört, der Pumokel hat gewonnen. Hat er uns nicht letztens so blöd angemacht im Netto. Also wenn du es siehst, Pumokel LP, melde dich doch mal unter diesem Video, dann schreibe ich dir eine PN und dann musst du mir mal deine Daten schreiben und so, wo ich die hinschicken soll und ich weiß aber nicht, wie lange es dauern kann, also die muss ja erstmal zu mir und dann schick ich sie zu dir oder ich weiß noch gar nicht, ob ich direkt deine Adresse angebe oder so. Direkt mit Rechnungsadresse. Musst du es damit zahlen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, vielen Dank für die rege Teilnahme Pumokel LP, ich hoffe du hast Spaß mit der Maus und für alle anderen gibt es dann die zweite Chance wahrscheinlich ab 10.000 Abonnenten oder so. Ja, das war es dann auch schon mit diesem Video, war ja relativ kurz. Ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder so aktiv mit dabei wie jetzt. Wenn ihr mehr Giveaways sehen wollt, dann liked doch dieses Video und schreibt was in die Kommentare, ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und sage dann bis dahin, ciao!